Der Übergang vom Fussball zum Paddle ist mir leicht gefallen, weil der Sport sehr einfach zu erlernen ist. Man sieht so viele Fortschritte, die man macht und wir sind total begeistert. Im Paddle fasziniert mich, dass der Sport sehr schnell ist, dass er sehr schnell erlernbar ist. Es geht immer etwas um etwas. Jeder will gewinnen. Ich als Fussball natürlich. Ich wollte jedes Spiel gewinnen und es ist im Paddle genau gleich. Man muss es mal gespielt haben, dass man die Emotionen auch leben kann.